Die Liebe mag vielleicht erloschen sein, doch die Verbundenheit bleibt. Auch drei Jahre nach ihrer Trennung stehen sich Johannes B. Kerner und Ex-Frau Britta Becker offensichtlich noch sehr nah. 2016 haben sich der Fernsehmoderator und die Spitzensportlerin nach 20 Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern getrennt. Böses Blut scheint zwischen den beiden aber dennoch nicht zu herrschen, denn jetzt zeigen sich der 54-Jährige und die ehemalige Hockey-Nationalspielerin wieder gemeinsam auf einer Veranstaltung. Seite an Seite posieren die einstigen Eheleute auf dem roten Teppich eines Oktoberfests in Hamburg. Johannes und Britta lächeln gut gelaunt in die Kamera und scheinen sich in der Gegenwart des anderen nach wie vor mehr als wohl zu fühlen. Die attraktive Blondine hat sich für den seltenen Auftritt besonders in Schale geworfen und posiert in einem schwarzen Spitzendirndl mit Blumenkranz im Haar. Ihr Ex-Mann präsentiert sich den Fotografen in einer legeren Kombination aus Jeans- und Trachtenjacke, unter der sich ein kariertes Hemd versteckt. Gemeinsame Auftritte wie diese werden wohl in Zukunft eine Seltenheit bleiben. Umso mehr freuen wir uns über diese Aufnahmen.